Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute geht es um einen Mega-Lifehack, wie ihr sehen werdet. Heute geht es darum, wie man mit einem ganz einfachen Trick Unsummen an Strom sparen kann. Gleich nach dem Intro geht es damit los. Ja, heute soll es zum einen um einen unwahrscheinlich sinnvollen Lifehack zum Thema Strom sparen gehen. Und während des Videos werde ich auch noch mein Schweigen brechen zu einem neu auf dem Markt erhältlichen Produkt. Das wird also super spannend, also schaltet nicht weg und guckt das Video bis zum Schluss. Ja, viele von euch, die werden sich jährlich oder vielleicht sogar monatlich über die Stromrechnung oder die Nebenkostenabrechnung vielleicht dolle ärgern. Da ist dann wieder unwahrscheinlich viel, was man nachzahlen muss. Vielleicht selten, dass man mal irgendwie was wiederkriegt und es ist natürlich immer angesagt, irgendwie Strom zu sparen. Jetzt hat jeder schon irgendwie eine alte Leuchte gegen eine LED-Lampe ausgetauscht, hat vielleicht den Anbieter gewechselt oder so. Aber dieses Anbieter-Hopping, das macht man ja nun auch nicht mehr, dass man jetzt jedes Jahr das Ganze immer wechselt etc. Dabei ist der Trick wirklich super einfach. Ihr werdet gleich sagen, Mann, warum habe ich das nicht jetzt schon zig Jahre lang so gemacht, dann hätte ich Unsummen an Strom gespart. Ich werde euch das gleich zeigen, wie das Ganze funktioniert und wie ihr das Ganze nochmal intensivieren könnt auf jeden Fall. Ich habe das Ganze jetzt über Monate, ja wenn nicht sogar, ja ein paar Monate waren es jetzt auf jeden Fall, habe ich das Ganze ausprobiert und habe da wirklich bahnbrechende Erfolge mit erzielen können. Und das war wirklich enorm, was da an Sparerfolg mit dabei ist. Und dabei ist das Ganze wie gesagt super einfach. Ja und zwar seht ihr hier schon aufgebaut, meine Messgeräte etc. Wir kommen erstmal zum Thema Stecker und tasten uns dann etwas langsamer voran. Es gibt ja diese ganz normalen Euro-Stecker heißen die, die sind natürlich zweipolig beschaltet und haben halt diese Form, dass sie hier so oval sind und nicht abgewinkelt sind. In der Regel ist das so. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, heute kümmern wir uns allerdings erstmal um die normalen Stecker. Dann gibt es natürlich solche abgewinkelten Stecker, die braucht ihr auch für den Trick, werdet ihr gleich sehen. Ja und es gibt dann noch solche Stecker, die sind dann, ja man sagt, gut das ist jetzt kein richtiger, einfach ein Schuko-Stecker, so wie ihr ihn hier seht. Das wäre jetzt ein Schutzkontakt-Stecker, das ist einer ohne Schutzkontakt, einfach ein zweipoliger Stecker, der dann einfach gerade nach hinten raus geht. Diese Teile muss man dann mit einem Adapter versehen, der kostet nicht viel, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 3 Meter liegen so ungefähr bei 5 Euro. Da ist immer gleich noch ein bisschen Kabel mit dabei, also es ist auf jeden Fall sinnvoll sich das dann zu kaufen. Ich verlinke euch alles, was ihr hier seht übrigens, dann was sinnvoll ist für diesen Trick und noch mehr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann mal reinschauen und dann den besten Preis für euch dann ausfindig machen oder den tagesaktuellen Preis auf jeden Fall abrufen. Nun, wie geht der Trick? So, ich möchte euch das Ganze erstmal anhand eines Beispiels, ich hoffe ein verständliches Beispiel, dann zeigen, wie das ist. Ich habe hier einen Schlauch mit Wasser, der ist hier gefüllt und wenn ich den bewege, sieht man da drin, wie sich das Wasser letztendlich bewegt. So, und jetzt ist es ja natürlich ganz klar, solange der Schlauch hier nach oben geführt ist, tritt hier kein Wasser aus. Das, denke ich mal, hat jeder jetzt auf den Schirm gekriegt. Wenn ich jetzt allerdings das eine Schlauchstück fallen lasse, das heißt das Ganze loslasse, dann habe ich auf einmal hier kein Wasser mehr im Schlauch. Obwohl ich das dann vielleicht, wenn man euch das als Gartenschlauch vorstellen mögt, das dann beim nächsten Mal wieder hätte verwenden können. Jetzt ist das Wasser weg, es ist einfach abgeflossen und es ist hier in dieser Schüssel und kann dann jetzt so über den Schlauch nur schlecht wiederverwendet werden. Das heißt, ich müsste den ja jetzt hier oder das Wasser wieder einfüllen in den Schlauch. Das ist natürlich super ressourcenzehrend und natürlich zeitaufwendig etc. Das macht kaum jemand und da sagt man eben, ja, verschwindet eine geringe Menge etc. Das kann ich verknusen, da will ich also nicht beigehen. Aber so ähnlich verhält sich das Ganze natürlich auch mit dem Strom. Das heißt, wenn wir hier so eine Steckdose haben, da ist das natürlich auch der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Stecker einmal reinstecke, so, dann geht der Strom natürlich jetzt hier gerade heraus und bleibt dann natürlich hier in der Leitung liegen, bis er dann wieder irgendwann gebraucht wird. Und wenn ich die Leitung dann loslasse, fällt der Strom hier natürlich nach unten. Das geschieht zum einen durch die Erdanziehungskraft, durch den Rotationswinkel etc. Das ist völlig logisch, das habt ihr in der Schule gelernt. Und deswegen weiß ich nicht, warum solche Tricks nicht einfach in der Schule beigebracht werden. Und da könnte jeder wirklich auf einfachste Weise dann tatsächlich Strom sparen. Ich mache euch das hier nochmal an diesem Beispiel von diesem Eurostecker einmal etwas sichtbar oder ein bisschen verständlicher. Wenn ich den jetzt hier reinstecke, der hat meistens noch ein dünneres Kabel. Das biegt sich dann noch schneller nach unten. Und so ist auch der Stromfluss jetzt wieder nach unten und wird natürlich nicht blockiert. Und der kommt dann meistens gar nicht bis zu meinem Ladegerät, was ich jetzt hier spaßeshalber einmal aufgestellt habe, dann an. Nur wenn ich das Ganze jetzt beschalte, das heißt einschalte, dann kommt der Strom. Aber wenn ich den Strom jetzt hier ausschalten würde, dann würde der natürlich in der Leitung verbleiben. Und wenn ich dann jetzt die Leitung abziehe, dann ist der Strom logischerweise verbraucht. So, nun gibt es natürlich auch Stecker. Wenn ihr die habt, dann könnt ihr glücklich sein. Dann braucht ihr keinen Adapter. Denn die sind schon abgewinkelt. Jetzt gehen viele bei, die sind da völlig unbedarft, stecken das Ganze hier einfach so in die Steckdose und sagen, na gut, das läuft ja alles. Natürlich funktioniert das aber wieder mit dem gleichen Effekt. Und zwar die Leitung geht nach unten, der Strom fällt ab und so wird natürlich der Stromverbrauch deutlich höher. Und dabei gibt es den ganz einfachen Trick. Jetzt kommen wir endlich zum Trick, werdet ihr sagen. Wir nehmen diesen Stecker, drehen den einmal um und stecken den in die Steckdose. Und jetzt hat der Strom das nicht mehr so einfach. Der muss jetzt erstmal nach oben und bleibt dann natürlich hier wie in einem Siphon dann stehen. Nur wenn er über die Leitung dann entnommen wird, wird da quasi ein Anforderungsbefehl dann hingeschickt zur Steckdose nach dem Motto, bring mir jetzt mal ein bisschen mehr Strom. Und dann ist das so wie bei so einem übertropfenden Siphon. Dann geht das hier oben rüber. Ihr kennt das, wenn ihr schon mal über den Schlauch irgendwie Flüssigkeit angesaugt habt oder so. Über einen gewissen Widerstand herüber. Und dann wird das Ganze hier zum Laufen gebracht. Und wenn das natürlich erstmal läuft, dann läuft das hier ganz automatisch dann nach vom Strom her. Ihr solltet dann, wenn ihr euer zum Beispiel Ladegerät oder was dann nicht mehr benötigt, dann einfach kurz das Ganze nach oben ziehen. Dann bleibt der Strom hier drin. Und so spart ihr auf Dauer dann logischerweise mindestens, sage ich mal, bei diesem Adapter jetzt drei Meter Strom. Das ist eine Menge Holz. Jetzt kommen wir zu dem Thema, dass wir hier diese Adapter haben. Jetzt sagt ihr, ja, ich kann jetzt lieber hier einen neuen Stecker dran machen oder sowas. Dafür gibt es diese Adapter, die zum einen auf dieser Seite so aussehen und auf der anderen Seite so aussehen. Die gibt es mit ein Meter Länge, fünf Meter Länge, drei Meter Länge, zehn Meter Länge etc. Natürlich spart ihr am meisten Strom, wenn ihr gleich das 10 Meter Modell kauft. Das ist logisch, wenn man 10 Meter Strom sparen kann. Das ist schon enorm. Ich habe jetzt hier das 3 Meter Modell, weil das ist ein bisschen günstiger. Und wenn ihr jetzt hier den Stecker reinsteckt, nehmen wir jetzt einfach mal hier diesen Stecker, spaßeshalber stecken den hier rein, dann seht ihr, Strom läuft. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis das Ganze hier an war, aber er läuft auf jeden Fall. Das funktioniert also. Und wenn ich jetzt das Ganze hier ausstöpsel und dann meine Leitung ein bisschen nach oben bewege, ein bisschen schüttel vielleicht etc., dann bleibt der Strom weiterhin in der Steckdose und kann nicht nach unten ablaufen. Tolle Sache, wie ich finde. Super Spartipp, wie ich meine. Ihr könnt gerne euer Feedback dazu in die Kommentare schreiben. Ja, wie angekündigt, endlich ist es soweit. Seit heute breche ich endlich das lange Schweigen. Manch einer hat ja vielleicht die Planung bereits verfolgt und täglich haben mich ja auch bereits mehrere tausend E-Mails erreicht. Wann es denn nun endlich soweit ist, ich habe leider nicht rausgekommen, wo der Leak war. Nun ist es egal. Hier ist er, mein eigener Energy Drink. Ich präsentiere euch nun stolz den Dance Toolbox Energy Drink. Wie auch bei anderen YouTubern ist es ja mittlerweile unabdingbar, einen eigenen Drink zu entwickeln. Oft in Form von Eistees gesehen oder eben Energy Drinks. Nun nach jahrelanger, intensiver Entwicklung und etlichen Fehlschlägen kann ich euch nun endlich das fertige Produkt hier vorstellen. Hier seht ihr es auch schon. Ihr werdet gleich sehen, was das Produkt erheblich von anderen Produkten unterscheidet. Das gibt es nämlich noch nicht. Das ist der absolute Hammer. Werdet ihr gleich sehen. Innerhalb der Entwicklungsphase, ja, haben wir ja knapp eine Million Testpersonen angesprochen. Da wurde das Produkt dann stetig weiterentwickelt, angepasst etc. Jetzt das fertige Ergebnis. Toll dabei ist, es gibt nicht nur die 0,5er Dosen, so wie ihr sie hier oben seht, sondern auch die kleinen Dosen als 0,25er. Das ist dann die vegane Edition. Die sieht so aus, also speziell für Veganer oder die, die es werden wollen, ist es dann hier möglich. Ansonsten alles logischerweise zuckerfrei. Das seht ihr hier oben dran. Da steht absolut 0 drauf. Energy Drink, wie gesagt. Das ist wirklich heftig, das Ganze enthält. Nämlich Flüssigkeit, so wie ich das hier draufschreiben lassen habe. Natürlich muss man das Eis kalt servieren. Hier stehen nochmal die Fakten, was da alles enthalten ist etc. Wie gesagt, der Hauptbestandteil definitiv Flüssigkeit. Ja, und jetzt kommen wir zu dem absoluten Kracher, was es sonst am Markt nicht gibt. Ihr seht das schon. Ihr könnt den Drink nämlich so anpassen, wie ihr den haben wollt. Das heißt, wir haben uns gar nicht hier großartig mit Geschmack oder ähnlichem aufgehalten, sondern haben gesagt, die Leute haben eh alle irgendwie, oh, weiß ich nicht, der schmeckt mir nicht und das schmeckt mir nicht und das schmeckt mir besser und wie auch immer. Hiermit könnt ihr ganz einfach euren eigenen Geschmack verwirklichen. Das heißt, ihr nehmt einfach hier diese Banderole ab. Die gibt es übrigens gratis im Blownload. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne runterladen. Das ist dann natürlich gratis, wie gesagt. Und wenn ihr jetzt hier diesen Energy Drink mögt, dann könnt ihr diesen damit versehen. Ihr könnt natürlich auch, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, könnt ihr dann das Ganze zum Beispiel mit Gönner G versehen oder sowas. Ich habe ja Monti hier so ein bisschen supported. Der hat es ja wirklich verdient mit seinem Drink. Auf jeden Fall könnt ihr, wie gesagt, hier super einfach euren eigenen Geschmack dann einbringen. Wenn ihr lieber was günstiges trinken wollt, macht ihr das einfach so. Ihr nehmt diese Banderole. Die ist natürlich wiederverwendbar. Also auch der Umweltgedanke spielt dabei natürlich eine super Rolle. Und dann macht ihr das einfach darum. Und schon habt ihr euren eigenen Geschmack dann im neuen Gewand. Und könnt dann davon logischerweise dann zehren. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das gleiche gilt hier für die kleinen Fläschchen oder die kleinen Dosen. Wie gesagt, da solltet ihr dann auch beim Veganen bleiben. Das heißt, nicht irgendwie eine kleine Dose kaufen und egal was drin ist. Sondern wenn da jetzt vegan draufsteht, dann solltet ihr auch auf jeden Fall irgendetwas Veganes damit umhüllen. Das sollte klar sein. Also da muss man auf jeden Fall der Linie dann treu bleiben. Wie schon gesagt, diese Banderolen, diesen Energy Drink als solchen, gibt es als Downloadversion dann tatsächlich unten in der Videobeschreibung. Und könnt ihr euch runterladen. Und ihr könnt mir eure Erfahrungen oder eure Ideen, die ihr damit verwirklicht habt, also eure Dose, die ihr damit umrandet habt, dann auch als Bild zum Beispiel zuschicken. An energy-at-dance-toolbox.de ist das Ganze möglich. Gucke ich mir dann, wie gesagt, gerne an. Ein bisschen muss ich vielleicht noch an der Idee feilen, dass da ein bisschen mehr Profit bei rüberkommt. Weil so ist das natürlich jetzt erstmal eine Nullrunde und die eine Million Testpersonen, die das schon gratis erhalten haben hier im Vorab, das war natürlich auch erstmal ein bisschen eine Investition, die erstmal wieder reinkommen muss. Mal gucken, ob wir das über die Downloads dann hier generieren können. Aber erstmal stehe ich ja hier am Anfang mit meinem Produkt und mir war es jetzt wichtig, dieses wirklich erstmal am Markt zu platzieren. Dass wir erstmal da sind, dass wir präsent sind mit der ganzen Geschichte und der Rest wird sich dann sicherlich entwickeln. Ich hoffe, ihr supportet mich mit dieser Idee, ladet euch die Vorlagen fleißig runter. Ich bin dolle gespannt jetzt auf euer Feedback, wer das gerne eisgekühlt haben möchte. Ich habe ja vor kurzem auch ein Video gemacht zum Thema Eiswürfelmaschine. Hier seht ihr das Ganze nochmal und letztendlich habe ich dieses Video auch nochmal für euch unten verlinkt. Das könnt ihr euch in Ergänzung dazu nochmal anschauen, denn der Sommer steht natürlich bevor und da möchte man sowas natürlich gerne eisgekühlt genießen. Ja, schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr zu meinem Energydrink hier denkt und vor allem zu dem Lifehack, den ihr vorhin gesehen habt. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Seid da also super fleißig. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es mal Fragen beantwortet hat oder euch jetzt inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Blöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und jetzt muss ich natürlich noch den Disclaimer loswerden. Heute ist der 1. April. Ich hoffe, das habt ihr mir jetzt nicht krumm genommen. Das ist alles natürlich hier ein Blödsinn gewesen. Aber ich hoffe, es hat euch doch noch ein bisschen unterhalten und konnte euch ein bisschen ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Das war dann meine Intention dahinter. Ich wünsche euch einen schönen Frühlingsstart, eine tolle Ostern und so weiter, was man alles so wünschen kann. Bleibt gesund. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020